Hallöchen meine Lobbies und herzlich willkommen zu Day One meiner Challenge. Du bist wunderwunderschön. Eigentlich ganz nice hier. Du bist eine Gewinnerin. Ihhh. Schaut mal. Oh nee. Das ist einfach nur ein Kuhflamm, Papa. Das halte ich nicht mal raus. Hey, du dummes Huhn. Wer sind die denn? Das sind nur Späzis von der Schule. Die Schule mir noch ein Gefallen. Der Typ hat uns reingelegt. Ach was. Der kann was erleben, wenn er mir über den Weg läuft. Bist du bescheuert? Halt dich ja zurück. Der ist viel zu schleier. Und noch mehr mache ich das Scheiße nicht. Das sind Späzis von der Schule. Die Schule mir noch ein Gefallen. Und ich will fragen, ob ich noch ein bisschen mehr darf.